Man nennt es Molltorn, glaube ich. Ich bin der Baum und es ist schön hier zu sein und ein Konzert spielen zu können, gerade weil das ja nicht mehr leichter geworden ist in den letzten Jahren. Auf jeden Laden, der eröffnet, der irgendwo Live-Mucke anbietet, schließen 10. Das ist schade. Das ist verdammt schade. Aber ich glaube daran, dass irgendwann die Sonne wieder scheint, so wie hier an diesem wundervollen frühen Abendhimmel. Und wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann brauche ich ein Woho von euch auf den Tönen F und E. Ich vertraue euch, ihr werdet das hinkriegen. Ich brauche mal gerade ein F und dann legen wir los, würde ich sagen, gib mir mal einer ein F, bitte. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. In der das Wünschen wieder hilft. Ich glaube, dass die Welt sich nochmal ändern wird, und dann gut überlöse sie. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Und wenn du siehst, in der das Wünschen wieder hilft. Vielen Dank.